Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zurück bei dem Dambo und seinem Pack-Opening. Und wir haben zwei Gäste, ich hoffe, dass man das alles so richtig hört, wie ich das auch gerne möchte. Und zwar haben wir zum einen dabei den Dragon on YouTube. Hallo Leute! Und zum anderen den Elite Rage. Bin wieder da! Ja genau, das kannst du uns auch gleich mal erklären, was es damit aussieht mit diesem Bin ja auch gleich da. Ganz kurz zum Anfang einmal, damit ihr hier wisst, was wir hier überhaupt machen wollen. Denn wir haben von FIFA oder von EA oder ja von beiden oder was auch immer, haben wir halt diese FIFA-Points wieder zurückbekommen. Ihr erinnert euch, da gab es ja diesen oberfiesen Bug, dass man 2017 Coins bezahlt hat für ein verdammtes Pack. Und die wurden jetzt gut geschrieben und wir hoffen, dass wir jetzt die 7,5k Packs wieder öffnen können. Und während ich jetzt hier das erste Pack aufmache, erzählt der Danny alias Elite Rage uns einfach mal, was bei ihm los gewesen ist. Ja, also ich habe ja meinen Laptop, meinen Gamer Laptop eingetauscht in den Gamer PC. Und da war scheinbar die Festplatte komplett hinüber. Die hat es am Anfang noch getan. Dann ging es mal nicht und dann ging es mal wieder. Und ich habe halt die ganze Zeit, kam nicht auf die Idee, was da wirklich dran sein könnte. Weil wenn man die formatiert hat, funktionierte die wieder. Und dann auf einmal hochfahren, funktionierte die wieder nicht mehr. Und ich war eigentlich wirklich kurz davor, die Kiste an die Wand zu werfen. Ich war eigentlich, hast fünf Tage PC und dann bist du eine Woche weg, weil die scheiß Kiste nicht mehr funktioniert. Ich bin richtig eskaliert gestern. Dann habe ich mir heute einfach eine neue Festplatte geholt und dann ging die Kiste wieder. Sehr gut. Also wir wissen auch noch nicht immer, was genau an der alten Festplatte dran war. Ist ja auch komisch irgendwie, ne? So, wir haben hier, einfach mal, damit ihr auch ein bisschen drin seid, wir haben einmal ein Gastrikot von Dortmund bekommen. Das geht natürlich auf die Transferliste. Das ist richtig so. Super. So, und dann haben wir Khedira gezogen. Roberto und Neto. Was hast du denn dein Freunds-Kontostand? Das ist 2012 abgezogen. 1900 habe ich jetzt noch nach diesem Pack. Ah. Kümmerle, ich schmuck mal Gappa hier an. Nächstes, der kostet 1500. Ja, das geht natürlich alles in den Verein, außer hier Roberto, den packen wir mal auf, wobei wir können gerade mal gucken. Auf dem Transfermarkt. Für eine Schwarzskarte musst du auf jeden Fall ziehen. Boah, der ist für 400 drin, ne? Schnellverkauf ist, ja komm, dann nehmen wir ihn mal für. 400 rein. So. Zack. Ich habe vorgestern einen über die Handy-App gezogen in Form da. Da war das so ein Schwacher, da habe ich mir gedacht, komm, den Katzenabstoß ist eh nichts wert. Da habe ich nachgeguckt, war der 45k wert. Echt? 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 Oh, egelig, ey. Scheiße. So, Khedira, was denkt ihr, was Khedira-Wert ist? Hier war 2,3k, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht, wie es ist. Oh, nee. Hier auf PC ist der, zwischen 8 und 12 ist der hier immer drin. Echt? Ja. Hier ist einer mit 7.900. Aber ansonsten, Khedira, den will ich eigentlich auch gar nicht haben. Den biete ich auch gleich an, hier für 8.000 Mal. Da war auch Hulled Man of the Match bei Khedira 14 richtig gut, Khedira. Das war natürlich auch ganz schlau, was ich gerade gemacht habe. So, den bieten wir mal an. Bam, für 8.000 Mal gucken, ob der weg geht. Und der Rest geht in Verein. Wie mache ich das? Mit links zwei. Ja. So, das war das erste Pack. Das war jetzt auch noch nie so toll. Ein 8k Khedira. Soll ja noch ein bisschen was gehen jetzt. Nächstes Pack. 7,5k Pack. Und... Was schwarz ist, was schwarz ist. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Messi drauf, Messi drin. Äh, Dominguez. Er denkt sich richtig an. Oh, wie ein Knoche. Ja. So ein scheiß Lacker, ne. Ja, ich auch gerne. Der in Form? Nein, Quid. Ja klar. Team of the Season. Ich hab das Gefühl, dass der Dumbo heute nach dem DGA zieht. Ja, das wär's. Aber der passt gar nicht in mein Team. Der soll richtig neu sein, ne, der DGA. Hm. Weißt du, wie man da Robben zieht? Warum der wertvollste? Ich glaube, ne, oder? Irre? Echt, dann ist es aber kein starkes Team, oder? Lacker Z wäre auch noch drin, ne? Lacker Z ist ein übertrieben. Hat der schon informiert? Ja. Aktuell ist in der Woche. Richtig teuer. Ich sag dir, ich hab einfach nix mehr mitbekommen, ne? Gibt ja hier den Bonucci. Aldo gibt es als informiert. Der Freya. Bonucci hat sich gezogen. Dann Ivanovic gibt's noch. Robben. Akazet. Dann den Martins. Und den kleinen Insigne. Ist auch drin, ist auch immer ein schöner Spieler. Von den ganzen anderen hier, da ist nix besonderes bei großartig. Der hat mal aufgemacht. Oh, Morrison. Boah, Fimi, mach jetzt auch. Der ist auch noch nicht so schlecht. Aldo. Lesser. Dominguez. Was ist Dominguez? Das ist hier auch mal im Team. Was ist auch relativ wenig Gold drinnen, ne? Das ist nur, weil Dumbo jetzt Pack-Opening macht. Deswegen ist sonst der Dominguez in der Woche da. Ja, genau. Am Ende ist immer der Dumbo schuld. Doch, das war schon wieder nix, Leute hier. Aber wir haben irgendwas gerade verkauft gleich direkt. Das war witzig. So, nächstes Pack. Pack Nummer drei. Das ist es auch. Alle guten Dinge sind drei. Im dritten Pack ist dann... Knack die Wurst. Daumen drücken. Alaba drauf. Ruffier. Boah, 83er Torwart. Krass. Okay. Julien. Oh, der legt A. Mal gucken, was ist der denn so wert? Transfermarkt anbieten. Preisvergleich. Und 2K. Okay. Boah, 2K. Hm. 82 Hechten, 86 Reflex. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ja, das stimmt. Ist eigentlich okay. Wir machen ihn mal rein. Du kannst ja, während du deine Packs abstest, kannst du den Leuten hier mal erzählen, wann du dein nächstes Relive-Video machst oder bringst. Mein nächstes Relive-Video? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich habe tatsächlich Material schon ein bisschen was gemacht. Aber ich wollte ein bisschen sammeln eigentlich mal. Ja. Mal gucken, wenn ich morgen meine Extreme-Zug-Tour zur Arbeit oder von der Arbeit wieder weg mache, dann muss es das nächste geben. Ich bin ja dafür, dass du mal ein Video machst, wie du gerade richtig schön live am Kochen bist. Oh ja. Wir haben mal was, oder nicht? Ja, das wäre mal was. Aber es ist natürlich schwierig, die Kamera dabei zu halten, ne? Hm. Aber theoretisch, ja, kein Problem. Du hast aber bestimmt ein Stirnband zu Hause, oder? Ein Stirnband? Ja. Und die Kamera da reinklemmen, oder was? Ja, oder... So eine gefakte Action-Pro. Ja, genau. Ein Handy auf der Stirn geklebt. Genau. Dann nimmst du das Video einen Tag aus Sicht des Dumbos. Genau. Aber wenn ich an Kochen und Dumbos denke, dann muss ich immer an den Topf mit den Innereinen denken, was er mal gezeigt hat in dem Video. Oh Gott, das ist doch richtig schlecht gelaufen. Das waren keine Innereien, Mann, Alter. Das sah aus, wie schon 10.000 Mal gestorben. Alter, sei froh, dass meine Frau jetzt hier nicht ist, ey. Die hätte hier richtig eine genutzt. Oh. Junge, das war der leckerste Rübenmus überhaupt. Rübenmus? Rübenmus. Was war das? Rübenmus. Das ist so ein norddeutsches Gericht. Ja. Da kannst du auch bei mir ausbleiben. Oh, sehr lecker. Sehr lecker. Manager-Liga. Ja, das... Was ist das immer? Steckrüben-Eintopf nennt sich das. Genau, Steckrüben-Eintopf. Ist super lecker. Ja, aber nicht so zubereit. Das sah mir ganz komisch aus. Aber, naja, gut. Grüße an Dampus Frau. An dieser Stelle. Gleich kriege ich eine geschält hier. Ich muss auch euch was sagen. Ich habe jetzt... Vorgestern, ich weiß gar nicht. Ich war feiern. Und, ähm... Es ist so einfach sowas gegen mir alles passiert. Wir waren in der Sportsbar. Irgend ein komischer Gerichtnahme. Das sind amerikanische, ne? Wie fäll das? Und was sind das? Es sind so... Es waren Schafsgedärm und sowas. Du weißt, das ist auch kleine Kinder, ey. Und das Geile ist, das war richtig teuer. Ich habe gedacht, weiß du, da kommt dann irgendwie so ein fetter Burger oder sowas. Das hört sich so nach Fastruth an. Da kommt dann so, 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 so. In den Reihen. Gebraten und so ein Scheiß. Ja! Ja! Was denn? Tashi! Oh man, hier nur ein Nulpen. Der trollt uns hier. Ich glaube, ich mache auch mal ein paar Packs auf. Der animiert mich dazu. Ich kann zehn Packs aufmachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die EA mich belohnt, dass ich wieder da bin. Da kriegst du nur Non-Rare-Spieler. Du weißt, warum. Ich hatte jetzt wirklich im ersten Pack zwei Non-Rare-Spieler. Nee, Rare-Spieler. Zwei Rare-Spieler, was sag ich dir? Nastasic. Das sieht auch geil aus. So, ja, da läuft nicht so viel. Tashi habe ich bekommen und... Wie heißt der denn? Kohade. Das ist doch alles Müll hier, was wir hier ziehen. Das ist doch nix. Man, man, man. Hast du wirklich schon mal Shadow-Lanta gezogen? Nee, ne. Was habe ich? Shadow oder Hunter? Hm. Nee. Rare-Spieler, jetzt passiert das. Ich weiß nicht, was das ist. Ankur habe ich einmal gezogen. Danke. Okay. Ich habe dir die ultimative... Das ultimative Stadion, die Tombass-Arena. Tashi, der ist ja auch gar nix wert hier, alter Mann. Komm. Gleich abstoßen, die Scheiß hier. So, und der Rest geht in den Verein. Mann, Mann, Mann. Das kann doch nicht sein. Leute, was ist denn hier los? So, ich eröffne nochmal eins. Das kann doch nicht sein, dass wir hier nichts ziehen. Komm, ein Pack. Da muss aber wenigstens mal irgendwas drin sein. Leute, jetzt oder nie. Tu es, 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 tu es. Oh, Mühne. Was ist das denn? Da hast du doch Pech. Der war letzte Woche im Team of the Week. Polanski. Der war immer 10k. Bob Bonner. Ich habe Walker und Shadow gezogen. Cavalio. Nee. Das läuft nicht. Das läuft hier nicht, du. Spartak Moskau. Das Logo. Wie viel ist das denn wert? 300? Ach, komm. So. Trikotsatz. Von Livorno. Der ist auch nix wert hier. Ah. Cavalio. Riccardo Cavalio? Oder was? Von Sporting? Was ist der denn so wert? 78 ZDM ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Oh. 80 Defensiv, 84 Physis. Na, ich glaube, den kann ich gleich abstoßen. Bob Bonner. Was ist der denn wert? 700. Hm. Machen wir 6,50 rein. Oh, ich dachte gerade, ich hätte, äh, Neuer gezogen. Und ich habe zwei Antworten gegeben. Super. So, wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier, äh, Polanski. Für wie viel ist der denn drin hier? 400, Alter, das ist doch nicht wahr. Die sind ja alle nix wert hier, das gibt's doch nicht. Hm. So, und Milner, was ist der wert? Nix. Hm-hm. Milner 400, Alter, euer Ernst? Boah. 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 So, der Rest geht wieder mal in den Verein. So, der Rest geht wieder mal weins. 1.300 Münzen. Komm, 1. Points, genau. Ziehen wir noch ein, ja, ne? Komm. Ja. Ziehen wir noch ein. Also 2 ziehen wir noch, dann sind wir auf 1.000 und das geht dann in die nächste Folge, würde ich sagen. So, komm schon jetzt. Bonucci, in Form. Hm, Bonucci. Bonucci, in Form. Quatsch, glaube ich nicht. Doch, ernsthaft, ich schick dir ein Foto. Echt, was, Mann? Was ist das denn? Warte. Ich habe Schäfer gezogen und wenn ja. Bumbo, da haben wir einen. Ey, Münzen 1.000. Juh, Objekt einlösen. Architect. Architect. Architect, Architect. So, da, bitteschön. Guck auf dein Handy. Behalte ich es sogar, weil ich für einen Seriarty machen möchte. Gibt es da, ne? Alter, zieht der Bonucci in Form, ey, ich glaub's nicht. Passt, Alter, das gibt's doch nicht. Gibt's doch wohl nicht. Jinyak, was ist der denn wert? Jinyak von Marseille, was ist der wert? Gar nix, ne? Ich zieh hier nur in Müll. Ist wieder typisch, typisch FIFA hier. Jinyak von Marseille, ich hab nämlich, hab nämlich letztlich schon Pirlo gezogen. Der Pandanovic auch. Ich weiß gar nicht, was mach ich mir eigentlich für ein Zwei-Team? Das hab ich gar nicht. Äh. Gerade mal gucken. Schäfer, Schäfer, Schäfer. Den könnte ich eigentlich... Brauchst du ein schönes Werder-Team, Lambo. Schäfer, was mach ich denn mit dem? Den geh ich erstmal in den Verein. Und wenn ja, machen wir auch erstmal alles im Verein hier. So, zack. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich verkaufe hier am Stück. Ja, unglaublich. Wir haben schon ein bisschen was verkauft. Gucken wir mal rein. Ja, Tatsache. Positionsmodifikate und Polanski haben wir verkauft. Witzig. Okay, der Rest ist noch drin. Jawohl. Und wir gucken mal eben, was unser zweites Team ist. Was mach ich denn für ein zweites Team? Unser zweites Team war... Nämlich ein... Achso, das war so ein Brasilien-Team. Genau, das Brasilien-Team. Ne, dann kann ich damit nichts anfangen. Dann wollen wir unseren Kollegen... Wo ist der? Wieder auf dem... Verein Stapel setzen. Wo haben wir ihn? Benja, da ist er. Benja. Zack. Auf dem Transfermarkt anbieten. Preisvergleich. Ist der denn so wert? 2,5K. 1,8. Okay. Dann bieten wir ihn nochmal an für 1,8, oder? Ja. Zack, 1,8. Anbieten. Jo. So, und dann haben wir noch ein Pack, das wir hier aufmachen. Ein Pack. Ob da jetzt was drin ist? Ein Pack. Bitte, Alter. Ein Pack jetzt hier, Mann. Komm schon. Bin ja nicht abergläubisch, aber den will ich da nicht drauf haben. Warte. So. Robinson. So, komm schon. Bitte, bitte, bitte. Wenigstens mal einen einzigen guten. Muss ja nicht mal in Form sein. Und Ronaldo normal reicht. Eriksen, Alter, ist das jetzt ernsthaft hier, oder was? Eriksen, den kennt doch keiner, Mann. Ja, den braucht auch keiner. Von Tottenham. 81 Tempo. Okay. Ist der denn so wert? Ein LM. Mein Beileiter, Mann. Naja, immerhin. Ja, er hat nicht so ganz Berami, habe ich auch gezogen. Der ist Hammer. Wenn man hier auf, wenn man hier diese ganzen Leute, diese Vereinsleute da, ne? Also so Masseur und diese ganzen Geschichten da, ne? Oder nicht Masseur, sondern, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn man hier in den Verein tut, dann kriegt man doch diese Attribute gut geschrieben, ne? Nur wenn du Kartons noch für anwendest. Wenn ich was? Wenn du zum Beispiel dann hier Verträge anwenden willst oder sowas, dann kriegst du dann zum Beispiel, wenn du einen Golfbetrag anwendest auf einen Golfspieler, dann kriegst du, was ich zwei oder drei Verträge noch gerade ist dazu. Ja, okay, genau. Und solche Erweiterungen halt, ne? Davon kann man auch unendlich drin haben, ne? Ne, also es gibt ja nur, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele, irgendwie 300 oder so. Ich habe keine Ahnung. Es gibt auch über 15, also. Ja, du hast jetzt so mehr Prozent der Christophilie halt. Maximal gegen 50 Prozent. So. Boruc, Torwart. Polnische Torwart. Wie ist der denn? Boruc. Boruc. 400, komm. Super. Hat sich ja richtig gelohnt hier, ey. Ganzen Scheiß. Berami. Was ist der denn so wert? Der ist bestimmt auch nichts wert, ne? Nö. Ernsthaft, Alter? Oh, Mann, ey. Und der Rest geht in den Verein. Ja, das war wohl nicht so viel, ja? Ich will einmal ganz kurz nochmal ins Team gucken hier. Mannschaft, ach so, ne, die wollte ich gar nicht haben. Nein, will ich auch nicht haben. So, wir wechseln hier vom Bildschirm zu Bildschirm, will durch. Äh, genau, hier, LV. Da haben wir jetzt noch, äh, ach so, scheiße. Na, egal. So, Schäfer. Was sagt man? Tschuldigung. Wir haben noch Schäfer, aber Schäfer ist zwar ein Rare Gold, aber er ist schlechter als Schmelzer. Also, ich würde sagen, wir lassen Schmelzer einfach drinne und machen Schäfer auf Ersatzbank dann. Ja, das passt schon. Eigentlich haben wir ein ganz gutes Bundesliga-Team hier. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps oder Anregungen habt, könnt ihr es natürlich immer in die Kommentare schreiben. Das kennt ihr ja bei uns. Da läuft es sowieso. Ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall jetzt Schluss. Wir haben jetzt noch 1000 FIFA-Points. Damit machen wir noch eine zweite Pack-Opening-Folge. Und da sind dann auch sicherlich wieder der Dragon on YouTube und der Elite Rage dabei. Sicherheit. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, die üblichen Methoden uns zu unterstützen. Kennt ihr natürlich. Ansonsten einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Da findet ihr auch sämtliche andere Links, um den Spacken weiterhin auf dem Weg zu bleiben. Und bis dahin sage ich dann, macht's gut, schaltet wieder ein. Tschüss. Ciao.